Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und ich habe heute einen wunderbaren Interviewgast bei mir. Das ist der Stefan Schreck. Hallo Jan. Hallo Stefan. Stefan, du bist Schauspieler und Lehrer für Selbstverteidigung. Ja. Das finde ich mal eine spannende Kombi. Wir haben uns so ein bisschen im Vorgespräch unterhalten und da hast du mir gesagt, also als Schauspieler hast du deine erste Rolle gehabt in dem Film Rennschwein Rudi Rüssel. Da können wir uns gleich noch mal drüber unterhalten. Du hast mir gesagt, dass da was wirklich Prägendes in deinem Leben war. Und ja, im zweiten Beruf oder im zweiten Leben bist du Lehrer für Selbstverteidigung, machst Wing Chun und Eskrima. Richtig. Da möchte ich gleich noch ein bisschen was über dich erfahren. Gerne. Kommen wir mal zu dir. Wer bist du als Schauspieler? Was machst du als Schauspieler? Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe sehr viel gemacht bis dato. Die letzten Jahre allerdings habe ich immer mal wieder für Film und Fernsehen gearbeitet. Es ist nicht mehr ganz so viel wie früher. Das liegt unter anderem auch wahrscheinlich auch daran, weil ich eben halt so ein bisschen meine Schwerpunkte momentan dann doch auf das Training verlagert habe. Ich mache immer wieder was. Ich werde angefragt. Für Film und Fernsehen ist es ist ja meistens so, wenn man jetzt irgendwie eine Gastrolle hat, dann sind das meistens zwei, drei, vier Drehtage, vielleicht auch mal ein, zwei mehr. Das kann ich auch immer wunderbar bei mir mit reinschieben zu meinen anderen Aktivitäten. Ich hatte vor zwei Jahren, ist es glaube ich hier sogar mal drei Monate, da war ich in München, war ich immer mal eine Woche in München zum Drehen und dann wieder weg. Das war halt für eine Produktion Richtung Krimi, wo ich ein bisschen was gemacht habe. Aber der Schwerpunkt ist momentan eben halt doch eher das Training. Aber ich kann immer noch beides miteinander verbinden. Also ich habe über die Jahre sehr viel gemacht. Ich habe meine Ausbildung Anfang, Mitte der 90er absolviert, habe auch immer wieder Theater gespielt. Es hat sich dann aber eben halt auch seit diesem Film da, Rendschwein Rudi Rüssel, von Anfang an so ein bisschen mehr in Richtung Film und Fernsehen bei mir verlagert. Ja, okay. Du hast mir gesagt, dass gerade beim Rendschwein Rudi Rüssel da was sehr Prägendes in deinem Leben passiert ist. Ja, es war für mich nur prägend, was diesen Beruf betrifft. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich hatte mich damals, ich glaube das war in den Zeisehallen hier in Hamburg, da hatte dieses Produktionsbüro von Rendschwein Rudi Rüssel ihren Sitz, die hatten sich da irgendwie eingemietet. Und ich bin da hingegangen und habe mal gesagt, Mensch hallo, ich bin Stefan Schreck, ich bin gerade noch in der Schauspielausbildung und gibt es hier irgendwie eine Rolle für mich vielleicht. Und der Peter Timm, der Regisseur, der hat mich dann tatsächlich für eine kleine Rolle als Polizist genommen. Und ich habe in diesem Kinofilm mitgemacht, ich hatte glaube ich zwei Sätze oder so. Und das Prägende war eigentlich nur das. Die Szene, die wir hatten, war halt, dass wir einen Einbrecher geschnappt haben. Ein anderer Schauspieler, der dann meinen Polizeikollegen gespielt hat. Es gab halt so ein Tohuwabu da abends in einem Altbauhaus. Der Hausmeister war dort mit seinem Rottweiler. Dann die Familie, die halt dieses Rennschwein Rudi Rüssel hatte. Und wir standen da halt mit dem Einbrecher in der Hand. Ein Schwein in der Wohnung und ein Rottweiler auf dem Flur. Und die Dialoge gingen hin und her und so weiter. Wir haben den Einbrecher mitgenommen. Und ich dachte für mich in dem Moment nur, das ist wie Abenteuerspielplatz hier. Also so, wie ich das so als als kleiner Junge empfunden habe. Du machst hier völlig abgedrehte Sachen gerade mit einem Schwein in der Wohnung und einem Rottweiler und verdienst auch noch Geld damit. Das war halt so eine Sache, wo ich dachte, wow, das kann ich mir weiterhin als Beruf gut vorstellen. Und das hat mir halt also echt Spaß gemacht. Hat denn dieses Abenteuerspielplatz, kannst du den auch ausleben als 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 Kampftrainer, als Lehrer? Ja, das ist zwar alles ein bisschen anders, aber es gibt halt in der Hinsicht, sage ich mal zwei Elemente. Das eine ist, man lernt selber nie aus. Mein Lehrer, der ich habe zwei Lehrer, die mich noch unterrichten, die oder mein Lehrer, der mich im Wing Jung unterrichtet. Der ist mittlerweile, ich glaube, der wird dieses Jahr noch 70. Und wie er immer so schön sagt, ich weiß eins, ich werde irgendwann mal ins Grab gehen und ich bin nie perfekt geworden. Und das ist es auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass mir das auf der einen Seite die Möglichkeit einfach gibt, immer noch an mir zu arbeiten und mich immer noch weiter zu entwickeln. Und das zweite ist eben halt der Punkt, dass ich das an andere weitergeben kann. Und das macht eine große Freude. Und weil man selber, ich sag mal so wie ein Kind, was man ja sieht, wie das langsam aufwächst, größer wird, so seine Ideen findet für sich, seine Neigung hat und so, ist es eben halt so, ich unterrichte auch Kinder, aber eben halt ja auch Erwachsene. Völlig egal, wie alt die Erwachsenen sind oder gerade auch, wenn sie vielleicht, sag ich mal, motorisch irgendwelche Probleme haben. Man hilft ihnen, sich weiterzuentwickeln, körperlich und eben halt auch geistig. Und das ist eben halt für mich eine ganz tolle Sache. Ja, spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, dass auch dein Lehrer sagt, dass er nie perfekt sein wird. Richtig. Wir leben ja in einem System hier in Deutschland gerade auch, in dem immer nach Perfektionismus gesucht wird. Es wird angestrebt und alles muss ja perfekt sein. Und ich kenne aus meiner Tätigkeit Menschen, die gar nicht richtig ins Tun kommen, weil sie Angst haben, dass es nicht perfekt ist. Ja. Ja, wie stehst du zu diesem Perfektsein oder wie stehst du dazu, um Fehler auch zu machen? Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Ganz einfach aus folgendem Grund. Mein anderer Lehrer wiederum hat einmal einen schönen Artikel verfasst, der Fehlerraum. Damit ist, also ganz grob, damit ist einfach gemeint, wenn ich den Trainingsraum betrete. Einige sagen Dojo dazu oder Kwon oder wie auch immer. Je nachdem, was man macht und aus welchem Land das ursprünglich kommt. Ich sage einfach mal, wenn man den Trainingsraum oder den Übungsraum, wo man mit anderen Leuten die Kampfkunst, Selbstverteidigung, was auch immer man macht, übt, dann ist das eigentlich der Raum, wo es absolut erlaubt ist, Fehler zu machen. Und ich versuche das auch immer meinen Leuten klarzumachen. Ich sage, wenn ihr Fehler macht, dann macht sie hier. Weil hier könnt ihr sie machen. Hier arbeitet ihr mit Partnern zusammen. Hier lernt ihr daraus. Ihr seht, aha, guck mal, ich habe diesen und Fehler gemacht. Oder ich kann das und das noch nicht ganz richtig. Hier kann ich es üben, um dann in einer realistischen Situation auf der Straße möglichst natürlich vielleicht diesen Fehler nicht zu begehen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil tatsächlich viele beim Training auch manchmal wütend über sich selber sind, wenn sie merken, ach, ich kann das noch nicht. Und ich habe halt Leute da von, ich sage mal, jemanden, der promovierter Physiker ist, bis hin zu Studenten. Es ist alles da. Unterschiedliche Leute. Und gerade, sage ich mal, wenn die auch mit dem Verständnis sehr weit dran sind, sage ich immer, nur weil ihr es versteht, heißt das nicht, dass euer Körper das schon alles macht. Also ihr müsst euch Zeit geben, damit ihr das, der Körper das versteht, damit ihr ein Empfinden dafür gewinnt, wie muss ich das wirklich machen. Und das ist ein Prozess. Und das wollen tatsächlich viele immer nicht wahrhaben, weil sie immer der Meinung sind, ich weiß ja, was ich machen soll, aber ich kann es trotzdem nicht. Wieso geht das nicht? Ja, ich kenne das aus meiner Branche, aus den Sachen. Ich habe ein kluges Buch gelesen und jetzt klappt alles. Beziehungsweise Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, wenn ich aus dem Gespräch hier rausgehe, will ich hier die Lösung für mein Leben haben. Und ich probiere immer sehr sanft manchmal, manchmal auch ein bisschen härter den Menschen zu sagen, diesen Prozess und der dauert einfach. Richtig. Ja. Wie lange trainiert so jemand, also in Jahren oder Monaten, jemand, der bei dir frisch anfängt? Ja, es ist ja halt so, dass es gibt ja manchmal Leute, die rufen an oder ja, es sind eigentlich manchmal Leute, also viele melden sich natürlich per Mail heutzutage und gibt auch Leute, die rufen an und stellen dann irgendwie auch so die Frage, wie schnell, wie schnell kann ich das? Wie schnell kann ich mich damit verteidigen? Und ich sage dann eigentlich immer, du guckst dir erstmal an, komm zum Probetraining. Ja, wie lange brauche ich denn, um das zu können? Dann sage ich eigentlich immer, kannst du Gitarre spielen? Nee, kann ich nicht. Ja, was meinst du, wenn ich dir jetzt eine Gitarre in die Hand gebe? Meinst du, in drei Wochen kannst du richtig spielen? Ich sage, das braucht seine Zeit. Ich sage, du kannst mit Wing Chun, Screamer, relativ schnell was anfangen. Dann schreck dich jetzt nicht, weil im Hintergrund fällt jetzt gleich eine Tür zu, oder? Nein, doch nicht ganz. Macht nichts. Brauchen wir nicht rausschneiden, das kann ruhig drin sein. Also ich sage dann immer, das hängt ja auch einfach von den Fertigkeiten ab. Mit dem, was ich mache, kann man, sage ich mal, in drei Monaten schon eine gewisse Grundkenntnis haben. Nach einem halben Jahr mit Sicherheit schon einiges anfangen. Und nach einem Jahr, kann man sagen, da haben sich mit Sicherheit schon sehr viele Dinge verinnerlicht, dass man grundsätzlich was damit anfangen kann. Aber wie gesagt, es ist etwas, da kann man sich sein Leben lang mit beschäftigen. Und ich sage mal, die Leute, die das wirklich auch gerne machen und auch für sich trainieren wollen und auch sagen, hey, ich merke, das bringt mir was, die sind meistens schon alle immer ein paar Jahre dabei. Manchmal hören sie dann auf, aus gewissen Gründen, das kann immer sein. Also ich habe Leute bei mir, die sind schon zehn Jahre da. Wir sind ja schon mittendrin. Wir sind ja schon mittendrin beim Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Denn ich glaube, sich dem zu stellen, auch im Training, um eine Kampfkunst zu lernen oder aber auch Schauspielerei, um Rollen zu lernen, bedeutet ja auch, an sich zu arbeiten, an seiner Persönlichkeit und sich auch Widerständen mal zu stellen. Ja. Wann hast du für dich gemerkt, dass Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist für dich? Ich denke auch, das sind Prozesse. In der Schauspielerei ist es irgendwie so, da lernt man auch nie aus. Es ist natürlich aber auch immer so, was wird mir angeboten, was kann ich spielen? Gibt es da vielleicht auch mal irgendwie eine Rolle, wo ich merke, wow, da musst du wirklich richtig gut was dran arbeiten? Hat man natürlich im Theaterbereich wahrscheinlich vom Anspruch her immer ein bisschen doller, weil da ist es halt so, da muss ich nachher eineinhalb Stunden irgendwo auf der Bühne füllen, Text auswendig lernen, von vorne bis hinten das alles irgendwann abliefern können und zwar so, dass das dann auch bis in die letzte Reihe als Figur rüberkommt. Film und Fernsehen ist das ein bisschen eine andere Art von Spiel. Die muss aber sehr auf den Punkt und sehr präzise sein. Also da ist es häufig so, dass man eher wegnehmen muss als zuführen muss. Auch das ist ein Prozess, das kommt übers Arbeiten. Das lernt man oder nimmt man irgendwo wahr, wahrscheinlich auch im Film und Fernsehen, wenn man sich irgendwann mal sieht und ehrlich zu sich ist und sagt irgendwie, ich glaube, das habe ich ein bisschen zu viel gemacht oder das war vielleicht ein bisschen zu wenig und dann entwickelt sich das so. Bei der Kampfkunst an sich habe ich das glaube ich, das hat gedauert. Das hängt aber auch zusammen, ich habe irgendwann mal die richtigen Lehrer für mich gefunden, das war jetzt auch nicht gleich von Anfang an. Und dann habe ich langsam gemerkt, weil die mir auch immer versucht haben zu erklären, worum geht es eigentlich, dass es ein körperlicher Entwicklungsprozess ist. Es gibt viele Menschen, die denken immer nur in Techniken, wenn A dies macht, kann B dies machen und so. Das ist Quatsch. Ich weiß eh nie, was A macht. Das ist wie ein Dialog, so wie wir ihn jetzt führen, also wie ein Gespräch. Und das hat glaube ich so, also ich mache Wing Chun jetzt 25 Jahre, das kriegen wir 15 Jahre, aber ich muss sagen, nach zehn Jahren habe ich glaube ich irgendwie langsam mal gemerkt, worum geht es eigentlich und wie ist dieser Weg eigentlich so weiter zu gehen. Aber es hat schon ein bisschen gedauert. Zehn Jahre, möchte ich mal so behaupten. Du hast gerade ein ganz, ganz interessantes Thema auch angesprochen, das ist diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja. Wenn du mit Menschen arbeitest, merkst du, wie ehrlich jemand ist zu sich selbst? Ja. Ja. Das merkt man nach einer Weile schon, ja. Bringst du die Menschen dann dahin, wenn du sagst, okay, der darf jetzt noch ein bisschen, oder für das Erlernen der ganzen ist ja auch eine Art Philosophie, ne? Darf er noch so ein bisschen ehrlicher werden? Gibt es da irgendwelche Tools, die du anwendest? Ich kann das eigentlich so direkt nicht sagen. Ich denke mal, das ist ja auch immer so ein bisschen mit einer persönlichen Art von einem selber verbunden. Also A ist es natürlich, man muss ja mit jemandem schon mal eine gewisse Zeit zusammen arbeiten. Ich sage mal, wenn ich jetzt deinen Rat suchen möchte, dann musst du ja auch erstmal wissen, mit wem hast du es zu tun. Ja. Und genauso ist es so, ich arbeite mit den Leuten, bekomme natürlich auch nach einer Weile mit, wie ticken sie. Definitiv ist es so, die Herangehensweise bei den einzelnen Menschen, wenn ich sie nach einer Weile schon kenne, ist immer nur ein bisschen individuell. Weil ich dann vielleicht auch merke, bei dem einen oder der einen, kannst du es vielleicht, geh da mal ein bisschen sanfter ran und sag mal, Mensch, mach das mal lieber noch so. Oder für dich wäre es glaube ich ganz gut, wenn du das so und so angehst. Und bei dem anderen kann ich das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Du bist jetzt ja Kampftrainer und du hast eine Philosophie dahinter. Und das klingt nicht nur so, wir haben ja ein kleines Vorgespräch, du bist ja schon ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ich hoffe. Und testen wir jetzt mal, indem ich einfach, sag mir mal, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du dankbar? Das sind eigentlich, also wenn es danach geht, dann in allererster Linie bin ich, solange das so ist, über Gesundheit dankbar. Weil ich denke, das ist das höchste Gut. Mit einer Gesundheit, solange es mir körperlich gut geht und auch geistig gut geht, bin ich eigentlich immer in der Lage, alles noch irgendwie handeln zu können. Das ist für mich eigentlich immer so eine Grundvoraussetzung. Des Weiteren sage ich auch immer, das ist alles ein Geben und Nehmen. Natürlich unterrichte ich Leute, natürlich verdiene ich auch durch die Leute, die zu mir kommen, Geld. Aber ich sage mal, es ist immer ein Miteinander. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar für all die Leute, die mich unterstützen. Das sind Leute, die bei mir trainieren, die mich über zehn Jahre begleiten. Denn das sind ja für mich nicht einfach nur Leute, die ich unterrichte, sondern das ist, da entwickeln sich, sag ich mal, Kooperationen untereinander bis hin zu Freundschaften und so. Also das ist so die zweite Sache. Weil ich weiß auch, ohne diese ganzen Personen, die mich über so lange Zeit begleiten, wäre ich ja auch irgendwie nichts. Da wäre ich einfach nur einer, der das für sich macht. Und das gibt mir schon sehr viel. Natürlich gehört auch meine Frau, die mich auch sehr stark unterstützt, aber die trainiert jetzt nicht bei mir genauso dazu. Aber im Speziellen halt diese Leute, die bei mir trainieren. Und ja, als drittes würde ich einfach mal sagen, bin ich einfach dankbar meinen Lehrern, weil ich einfach merke, solange ich immer noch Menschen habe, die mich kennen und die mich selber noch verbessern können, bin ich auch in der Lage weiterhin an mir zu arbeiten. Und die kennen mich halt auch sehr genau. Und über die 15 Jahre, die ich jetzt bei meinem Wing Chun Lehrer bin und eben halt ja auch seit der Zeit im Prinzip auch schon mit meinem Eskrimalehrer arbeitet, der aber auch Wing Chun Meister ist. Also die beherrschen beides, also die beherrschen beides, bin ich diesen Menschen auch sehr, sehr dankbar, weil die einen kennen und die einen einfach auch zeigen, guck mal, du bist jetzt so und so drauf. Nimm mal das mit, was ich dir als Rat gebe. Und da ist schon über die Jahre sehr viel gekommen, wo ich einfach sagen kann, das hat mir geholfen und mich auch weitergebracht. Wie wichtig ist es für dich, dass du Mentoren, Trainer, Coaches oder wie man sie auch immer nennen möchte, an deiner Seite hast? Extrem, extrem wichtig. Also ich persönlich habe in all der Zeit mitbekommen, über all die Jahre, dass wir auch in der Gesellschaft leben. Und das spiegelt sich in der Selbstverteidigung, Kampfkunst, Kampfsport, in welche Richtung man auch immer irgendwas macht. Witzigerweise auch sehr stark wieder, dass viele Leute, ich sage es mal einfach, ganz starkes Ego-Problem haben. Viele sehen sich auch ab einem gewissen Punkt schon selber als die größten Könner überhaupt. Und da habe ich echt schon Sachen erlebt, wo ich dachte, das glaube ich jetzt einfach nicht. Und ich denke mal, durch meine Lehrer oder ich auch selber, ich sage einfach mal, ich habe da eine gewisse Demut, wo ich einfach sage, sicherlich, ich bin jetzt mittlerweile sogar Meister, ich muss mich aber immer noch weiterentwickeln. Für mich heißt es auch, ein Meister zu sein in einer Kampfkunst, dass ich auch gewisse Ansprüche erfüllen muss. Und die muss ich auch wieder, also ich muss den Leuten auch irgendwo zeigen, guck mal Leute, da geht es hin. Und das kann ich und das kann ich euch eventuell auch so weitervermitteln. Und da muss man auch oft sehr zurückfahren und sich immer wieder selber überprüfen. Weil wie gesagt, dieses Ego-Problem, das ist ganz, ganz, ganz weit verbreitet, dass viele Menschen schon immer denken, ab einem gewissen Punkt, ach, ich weiß sowieso alles, ich kann sowieso alles und jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und das würde mir eigentlich nie einfallen. Also ich weiß, ich habe Leute, von denen kann ich noch lernen. Und das möchte ich auch so lange, wie es geht, weil die Entwicklung ja nie stehen bleibt. Das ist halt so. Ja, es sind so zwei Punkte, die ich auch ganz häufig mitbekomme. Ich habe mal einen Podcast gemacht, dein Ego ist nicht dein Freund, weil der keine Lust auf Veränderungen hat, sondern der dich eigentlich an der Stelle stehen lassen möchte, wo du bist. Der wird unterstützt unter anderem auch dazu, dass Menschen ganz häufig nicht bereit sind, sich einzulassen. Hast du da auch Erfahrungen in der Kampfkunst? Ja, 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 total. Also wie gesagt, es ist, also ich könnte natürlich Geschichten erzählen. Also wenn man das so lange macht wie ich jetzt schon oder auch eben halt schon, ich mache es seit, wie gesagt, 25 Jahren. Ich mache eigentlich mein ganzes Leben schon. Ich habe mit acht Jahren mit Judo angefangen. Ich bin immer irgendwie an der Stange geblieben. Ich habe Kickboxen gemacht, geboxt, andere Kung-Fu-Arten, Taekwondo. Ich habe überall mal reingeschnuppert, bis ich dann irgendwann beim Wing Chun gelandet bin. Ich mache immer noch gerne Boxtraining und so weiter. Aber es ist schon interessant. Man lernt im Laufe der Zeit Menschen kennen und dieses Ego-Problem, das ist echt so, das hat man häufig. Also da laufen teilweise sehr skurrile Geschichten ab. Auch Leute, die manchmal gar nicht verstehen wollen, worum es geht. Oder was ich immer sage zum Beispiel, wenn du irgendwann mal gut kämpfen willst, dann musst du beim Training oder beim Unterricht nicht ans Kämpfen denken. Weil je mehr ich ans Kämpfen denke, bin ich auch mit meinem Ego dabei. Das heißt, ich bin dabei, mit mir selber zu kämpfen und meinen Trainingspartner, mit dem ich mache, den sehe ich irgendwie als Fremdkörper, als Gegner an. Das heißt, ich bin immer dabei, mich gegen irgendwas zu wehren oder irgendwas nicht zulassen zu wollen. Das gibt mir selber aber keinen Fortschritt. Und ich sage das immer wieder, wo ich sage, Leute, denkt nicht immer ans Kämpfen. Ihr seid hier, um zu üben. Ihr seid hier da, um zu üben und um euch weiterzuentwickeln, damit ihr hoffentlich niemals in eine ernsthafte Situation kommt oder die vielleicht auch so lösen könnt, ohne dass ihr körperliche Gewalt anwenden müsst. Und entwickelt euch hier weiter. Und da geht das schon mit dem Ego ganz viel los, dass die Leute eher gegeneinander arbeiten als miteinander. Das habe ich immer wieder erlebt. Ja, es ist dieses zu viel Denken, ne? Häufig, ja. Häufig. Und das ist eben halt, wie gesagt, gerade wenn es um eine körperliche Entwicklung geht, ist der Kopf leider häufig dein Gegner. Das ist so. Ja, so in Parallelen. Also ich kenne es in der Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch geistige Weiterentwicklung. Da haben wir auch ganz viele Gegner. Und viele Menschen versuchen immer herauszufinden, was sie jetzt wirklich... Wie tue ich das? Im Coaching sage ich immer, wenn du weißt, was du willst und weißt genau, warum du es willst, ergibt sich das wie für dich. Ja. Und ich habe ja früher auch ein bisschen Kampfsport gemacht. In meiner Jugend habe ich hier wieder zugemacht. Und wir haben uns eben über das Fechten unterhalten. Und da war es für uns auch das Erste, was wir gelernt haben, deine Standfestigkeit. Also bis ich mal ein Säbel in der Hand hatte, wo wir alle gesagt haben, geiler Scheiß. Das hat ein bisschen gedauert. Und wir haben erstmal, ich sag mal, eine Bestandsaufnahme gemacht. Also wie ist deine Körperhaltung? Hast du überhaupt ein gerades Rückgrat? Hast du Muckis in der Arme? Beziehungsweise kannst du dich auf deine Schritte verlassen? Richtig. Ja. Genau. Das ist eigentlich, wenn man etwas vernünftig machen will, dann muss man als Einheit arbeiten. Und das ist aber auch beim Boxen oder so. Wer meint, Boxen hat nur mit den Fäusten zu tun, das ist ja totaler Quatsch. Die Beinarbeit ist eben halt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, mit das Wichtigste. Also das heißt, der Körper muss immer als Einheit agieren. Und das hat natürlich auch ganz viel mit einer Wahrnehmung zu tun. Und da ist eben halt schon das Problem. Ein guter Coach oder ein guter Lehrer, wie auch immer, der ist ja, oder in meinem Fall jetzt, ich bin ja dazu da, um die Leute auf Sachen aufmerksam zu machen. Und das ist zum Beispiel eigentlich genau das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast. Wenn man sagt jemandem, guck mal auf deine Körperhaltung. Ja, ich bin doch gerade. Nee, bist du nicht? Doch, ich bin gerade. Das kommt wirklich ganz auf. Doch, bin ich? Nein. So, guck doch mal im Spiegel oder guck. Mittlerweile, man kann ja mit dem Handy ein Foto machen. Ich habe mal jemanden fotografiert beim Liegestütze machen. Ich habe gesagt, du bist schief und krumm. Nee, Quatsch. Ich habe ein Foto gemacht und der so, ach du Scheiße. Die Wahrnehmung ist immer eine andere. Und man ist ja dafür da, um den Leuten das zu zeigen, damit sie wieder eine andere Wahrnehmung für sich dann bekommen, um Dinge besser machen zu können. Ja, es ist ja ganz häufig. Ich vergleiche das ganz häufig so, dass wenn jemand bei mir sitzt und wir sprechen über etwas und er sagt, nein. Hey, es hat einen Grund, warum du hier bei mir sitzt. Ja, es hat einen Grund, warum du hier hingekommen bist. Wenn du dich nicht einlassen willst, mal anders zu denken, um dann auch hinterher anders zu handeln, dann brauchen wir ja hier nicht sitzen. Ja. Dann kannst du nächstes Mal Kuchen mitbringen. Ja, ich trinke ganz gerne Kaffee und dann können wir ja Kuchen und Kaffee trinken. Und da wird sich ja bei dir nichts verändern. Richtig. Ja, du hattest schon von deinen Lehrern gesprochen und du hast gesagt, du hast eine Zeit lang gebraucht, um die richtigen Lehrer zu finden. Und wenn wir einfach mal so sehen, dein ganzer Weg in der Kampfkunst, so wie du da hingekommen bist zu den Kampfkünsten, die in dir am meisten liegen, dann gab es sicher auch bestimmte Rückschläge, oder? Ja. Ja, ja, das gab es. Also ich sage mal so, Rückschläge auch, manchmal kann es ja eine Verletzung sein. Ich habe zum Beispiel auch mal Unfälle gehabt, einen Motorradunfall, da sind mir alle Sehnen durchgerissen und so. Aber ich konnte dann trotzdem weitermachen, musste halt immer körperlich an mir arbeiten, damit das hier mit der Schulter alles richtig funktioniert. Aber es gibt eben halt genauso die Rückschläge, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter. Man tritt auf der Stelle und die gibt es immer wieder. Das ist völlig normal. Da hatte ich zum Beispiel auch mal, das ist ein paar Jahre her schon, ich weiß nicht wie lange, drei, vier Jahre oder so, da hatten wir auch meinen Lehrer zu Besuch, den einen, den Sivu Olbers. Und der hat dann halt, da hat er auch jemand gefragt und sagte irgendwie, im Moment und so. Und da hat er gesagt, das sind immer Phasen, die hast du, wo du der Meinung bist, du entwickelst dich gerade nicht weiter. Meistens ist es immer der Punkt, wo du eigentlich kurz vorm Absprung bist. Und hatte sich gerade mit dieser Person, die bei uns trainiert hat, da unterhalten und drehte sich dann zu mir um und sagte dann, na Stefan, ist doch gerade so bei dir. Und ich war so perplex und guckte ihn an und sagte ihm so, ja stimmt. Und es war tatsächlich so in dem Moment. Es war so eine Phase, wo ich dachte im Moment so, was soll jetzt im Moment gerade noch kommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weiter. Das ist natürlich Quatsch. Es war dann tatsächlich so, dass es weitergeht. Man muss halt nur gewillt sein, dann irgendwie daran zu arbeiten weiterhin. Das ist spannend, wie du darüber redest gerade eben. Also ich bekomme es gerade in dieser jetzigen Zeit mit, dass viele Menschen wirklich Rückschläge erleben in ihrem Leben und ganz unterschiedlich damit umgehen. Wenn du aus der Sicht eines Kampfkünstlers da mal rangehst und sagst, okay, was würde ich denn jemandem sagen, der sagt, jo, da ist gerade eine Herausforderung in meinem Leben. Also ich komme irgendwie nicht weiter oder da ist sogar ein Rückschlag oder eine ganz katastrophale Meldung. Ich kann eigentlich dann nur zwei Dinge zu sagen. Also das eine ist für mich, wenn man meines Erachtens wirklich etwas für sich gefunden hat, wo man sagt, das ist etwas in meinem Leben. Das möchte ich wirklich machen. Das bin ich. Das ist das, was mich persönlich begleitet. Dann kann ich nur sagen weitermachen. Weitermachen. Weil, sagen wir mal, ob ich jetzt persönlich irgendwelche Sachen mal hatte, wo ich auch dachte, boah, wie soll das jetzt noch irgendwie weitergehen oder so. Man kann es überall nachlesen. Es gab also, Bruce Lee hat ja zum Beispiel auch Wing Chun ursprünglich gelernt. Der hat, leider ist er ja sehr früh gestorben, der hat sich einmal so stark verletzt, der konnte, glaube ich, sich ein halbes Jahr nicht bewegen. Der lag fast nur und hat sich dann mit Taoismus und der hat gelesen. Der hat einfach Bücher und die Leute haben gesagt, als der sich dann wieder körperlich arbeiten konnte und angefangen hat wieder zu trainieren und so weiter, der war danach besser als vorher. Also, das ist jetzt eine Geschichte, Bruce Lee, so, aber das kann man ja überall irgendwie nachlesen. Also, wenn man der Meinung ist, man hat wirklich für sich das gefunden, was einem im Leben wichtig ist, kann ich immer nur sagen weitermachen. Wenn es das nicht ist und das bekomme ich natürlich auch mit, also ich bekomme es ja nur mit, weil ich einfach mit so vielen Menschen zu tun habe, dass Menschen unglücklich in ihrem Beruf sind oder Dinge nicht laufen und sie nicht wissen, fühle ich mich dort, wo ich jetzt bin, wirklich aufgehoben. Ist das wirklich was für mich? Da sollte man reflektieren und auch immer gucken, muss ich vielleicht irgendwas anderes machen? Und das ist natürlich auch hart, auf einmal einen Wechsel einzugehen. Je älter man ist, desto schwieriger wird es natürlich auch. Aber meines Erachtens ist dann eben auch die Frage, ist es zu spät? Es ist eigentlich nie zu spät. Und die Frage ist immer, werde ich dann glücklicher sein danach oder soll ich das jetzt weitermachen, wo ich merke, das ist es vielleicht nicht, aber naja, ich mache es halt einfach weiter. Ja, das ist spannend. Mein Großvater hat sich im ganz, ganz hohen Alter nochmal dahin gesetzt und hat sein Denken und sein Handeln tatsächlich geändert. In Form von, wie gehe ich mit Menschen aus Frankreich um? Mein Großvater, alter Schlesier, ist halt mit einem etwas anderen Glaubenssatz groß geworden. Und der hat tatsächlich nochmal sein ganzes Verhalten geändert in ganz, ganz alten Jahren und hat auch Brieffreundschaften mit ehemaligen Gegnern, die auf deiner Seite standen, gehegt und gepflegt und Freundschaften auch geschlossen. Das war spannend. Hast du deinen Weg gefunden? Von dem, was ich tue und mache, ja. Aber ich kann halt auch, nein, aber ist das falsche Wort, ich kann nur eins dazu sagen. Es ist trotzdem Arbeit, weil ich kann es nur bestätigen, die Entwicklung hört nie auf. Und ich weiß, dass ich das, was ich mache, bis ins hohe Alter machen kann. Das ist das Tolle an dem und ich kann dabei sogar besser werden, weil Sport und alles mache ich für mich selber, aber die Entwicklung in so einer Kampfkunst ist, ist was ganz anderes. Ich kann mich da körperlich weiterentwickeln, auch wenn ich auch jetzt ja schon nicht mehr zu den jungen Menschen gehöre, kann ich da trotzdem, solange mein Körper noch funktioniert, mich weiterentwickeln. Und das habe ich halt, das habe ich halt auch vor. Und das ist halt einfach spannend. Und da hört die Reise nicht auf und das ist eine tolle Sache. Und insofern bin ich da eigentlich ganz glücklich und zufrieden und fühle mich absolut dort mit dem, was ich tue, auch aufgehoben. Genauso mit der Schauspielerei. Wie gesagt, auch wenn vielleicht die Gewichtung sich bei Zeiten mal so liegt, dass man sagt, ich mache das eine nicht mehr so viel wie das andere, kann sich das auch sporadisch wieder mal ein bisschen ändern und so weiter. Ich brauche das eine ja auch nicht aufzugeben. Das ist ja das Wichtige dabei. Ja, es ist das Schöne, dass du beides lebst, denn ich führe ganz häufig Gespräche mit den Menschen, die sagen, entweder ich mache das eine oder das andere. Und ich frage immer, warum sagst du nicht und dazwischen? Und die Menschen denken so herrlich in Schwarz-Weiß und vergessen ganz häufig, dass es da auch eine Grauzone gibt für sich selbst. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt bin ich hier komplett aus meinem Leitfaden raus, weil wir uns so nett unterhalten, das ist superschön. Wenn du Entscheidungen triffst, wie machst du das? Also ich suche schon den Rat von Menschen, die mir wichtig sind. Das ist natürlich, auf der einen Seite kann das meine Frau sein, auf der anderen Seite eben halt die Leute, die mich begleiten, schon seit längerem oder muss auch gar nicht seit längerem sein. Ich habe auch Leute, die erst, was weiß ich, ein Jahr bei mir sind und das sind ganz wundervolle Menschen und mit denen komme ich gut klar und merke, Mensch, da kannst du dir auch mal gerne einen Ratschlag holen. Meistens ist es aber so, dass doch das Bauchgefühl eigentlich meistens. Also man muss mit dem Kopf rangehen, man muss abwägen, man muss auch manchmal sich hinsetzen. Ich finde es immer wichtig, irgendwo positiv, negativ, ich liste jetzt für mich mal auf, bevor ich diese Entscheidung wirklich treffe, was ist mir da eigentlich, was ist daran schlecht, was ist daran gut, was überwiegt. Meistens kommt es dann aber so, dass man das doch schon sehr stark bei sich selber fühlt und dann irgendwann mal sagt, so nee, ich glaube, das lasse ich lieber sein oder das möchte ich doch machen. Jetzt wird in der Psychologie oder auch bei uns Coaches ganz häufig gesagt, wenn du dich auf dein Gefühl verlässt, das dauert immer etwas länger, als wenn du denkst, weil es schneller geht. Wenn wir beide aber jetzt gerade eben aufstehen würden und jetzt hier einen Millisekundenkampf machen würden, dann würde ich wahrscheinlich nicht lange stehen. Aber sich da auf ein Gefühl zu verlassen, das dauert doch an sich zu lange, oder? Das ist natürlich jetzt eine gute Sache. Das, was ich mache, hat ja eine ganz klare, und zwar das Wing Chun sowie das Eskrimer, eine Systematik. Deswegen sage ich auch ungern Kampfstil, sondern es ist, oder ich sage immer wieder Selbstverteidigung, die aber eine ganz klare Systematik dahinter hat. Wie ich körperlich vorgehe, wie ich das Ganze nutze und das versuchen wir beim Training zu automatisieren, genügend Präzision reinzubringen, so dass ich mit gewissen Komponenten, die das Ganze ausmacht, im Prinzip ohne großartig nachdenken zu müssen, in einer Stresssituation oder in einer Übergriffssituation sozusagen automatisch das Richtige zu machen, um mich dabei aber auch optimal zu schützen. Weil es geht bei dem, was ich mache, nicht darum, den anderen so schnell es geht umzuhauen, sondern es geht darum, optimal geschützt zu sein. Weil ich möchte am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können, ich möchte, dass ich körperlich unversehrt bin. Und da ist der Schutz, dass ich von dem anderen nichts abbekomme, nicht getroffen werde, erstmal viel, viel, viel wichtiger. Dass ich natürlich trotzdem aktiv werden muss, ist eine ganz andere Sache. Und das versuchen wir zu automatisieren, so dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Das hat aber in dem Fall ja auch mit der Komponente Adrenalin und Stress zu tun. Weil wir in einer Stresssituation durch das Adrenalin ja im Prinzip auf Urinstinkte wieder zurückfallen. Also Flucht, Kampf oder Starre. Und das Adrenalin kann einen leider Gottes hemmen oder eben halt auch die Flucht ergreifen lassen, was auch immer. Aber ich bin nicht mehr in der Lage, in einer Stresssituation, das kann auch Prüfungsstress sein, aber ein körperlicher Angriff ist natürlich noch viel extremer. Bei Stress, bei extremem Stress kann ich ja keine komplizierten Aufgaben gedanklich mehr vollziehen. Das heißt, wenn ich in einem extremen Stress bin und mir jemand sagen würde, wie viel sind sieben plus neun, würde ich ihm die Antwort nicht mehr geben können, weil meine Konzentration ja nur noch auf, um Gottes Willen, was passiert da jetzt gerade, gerichtet ist. Und das muss automatisiert werden. Diese Automatisierung, von der du sprichst, ich gehe ja immer aus der Coaching-Seite darauf ran, das hat doch ganz viel auch mit sich selbst Vertrauen zu tun, oder? Ja, ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Einlassen. Ja, man muss sich auf sich einlassen, man muss üben, man muss auch sehen, mit welchen Sachen tue ich mich schwer. Weil die Sachen, mit denen ich mich schwer tue, das heißt ja nicht, dass ein anderer sich damit schwer tut. Oder das, wo ich sage, das fällt mir ja leicht, da sagt jemand anderes, boah, das fällt mir total schwer. Ja. Das vergessen die meisten Menschen. Ja, ja. Also, dass man immer selber so seine Sachen hat, um jetzt einfach mal zu sagen, weil wieder mit der Fußarbeit zu sagen, der eine bekommt vielleicht die Fußarbeit relativ einfach hin, weil er vielleicht auch schon vorgeprägt ist oder weil er vielleicht früher viel getanzt hat oder so. Dem ist das irgendwie auf einmal zu sagen, meine Füße jetzt so im Zickzack-Schritt irgendwo hin zu bewegen. Das fällt mir relativ einfach, der andere hat damit totale Probleme. Also, es ist immer eine individuelle Sache schon, wo man eben halt sehen muss, aha, guck mal, da tue ich mich schwer mit, der andere aber vielleicht nicht. Okay. Darüber könnten wir, glaube ich, nochmal einen ganz eigenen Podcast machen, also Vertrauen in sich selbst. Ist ja auch so eine Geschichte. Trotzdem würde ich gerne jetzt so langsam, dass wir jetzt zum Ende kommen. Gerne. Als letztes frage ich immer ganz gerne, hast du für unsere beiden Zuhörer jetzt gerade eben, und das wird ja auch mit Kamera aufgenommen, also demnächst irgendwann auch unsere Zuschauer, hast du noch mal einen Impuls für sie, was es bedeutet, also wir reden ja über Persönlichkeitsentwicklung aus Sicht eines Kampflehrers? Ja, also, ich glaube, wichtig ist immer in sich reinzuhorchen. Was will ich wirklich und ehrlich mit sich zu sein, also mit seinen Problemen, mit seinen Schwierigkeiten. Ich persönlich finde, dass mir das Wing Chun Eskrimer in all diesen Jahren also auch immer geholfen hat bei meiner persönlichen Entwicklung. Was jetzt nicht heißt, dass ich mit allen Situationen, die so in meinem Leben auf mich zugekommen sind, ob das jetzt, was weiß ich, Trennung in einer Beziehung mit jemandem, mit dem man dann lange zusammen gewesen ist oder so, dass ich da nicht Schwierigkeiten gehabt hätte oder es mir nicht schlecht ging oder so, aber in sich reinzuhorchen und ehrlich mit sich zu sein. Und ich finde auch, was ganz, ganz wichtig ist, das ist dieses Yin-Yang, auch mal Weichheit zuzugeben, zu sagen, ich bin verletzlich, ich bin da und da gerade, das tut mir weh. Ich bin da sehr empfindlich und mir geht es da oder damit einfach nicht gut. Und auch Schwächen von sich selber zuzugeben, weil wir haben alle Schwächen. Wir haben ja alle irgendwie, also ich kenne sehr viele, natürlich auch gerade Männer, die schalten dann irgendwie natürlich ab und sagen, ja, nee, alles gut. Wie geht's dir? Dem geht's nicht wirklich gut. Man muss es ja nicht jedem erzählen, aber einfach mal zu sich selber zu sagen, ja, ich habe da und da meine Probleme. Und mit Leuten vielleicht auch mal drüber zu sprechen, mit Freunden und so weiter. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich mal Sachen zugibt, wenn man wirklich sagt, das ist jetzt gerade echt scheiße oder mir geht es damit nicht gut. Oder auch das, was ich manchmal mache, vielleicht ja auch nicht gut ist. Wenn man es eingestanden hat für sich selbst, dann ist das eigentlich immer der erste Weg zur Besserung. Wenn ich so tue, als wenn gar nichts wäre und ach, eigentlich ist das ja alles nicht so schlimm und ist in Ordnung, hilft einem nicht wirklich weiter. Stefan, bevor ich Danke sage, nenn mir doch nochmal den Namen deiner Kampfschule. Ja, das ist die Wing Chun und Eskrimaschule hier in Hamburg-Alzerdorf. Und ja, wer Lust hat, kann immer gerne ein kostenloses Probetraining machen. Ich biete auch immer an, gerne mal sich das für einen Monat mal anzugucken, ohne gleich einen Vertrag zu machen. Weil ich finde, es ist immer wichtig, dass die Leute erstmal gucken, auch fühle ich mich hier wohl? Ist das was für mich? Und da habe ich eigentlich immer die besten Erfahrungen mitgemacht. Und ja, ich unterrichte auch gerne für Leute mal ein bisschen mit Boxtraining, wenn sie das mal machen wollen. Einfach nur so Fitness halber schlagen, Fitness. Aber es kann jeder gerne vorbeikommen. Wir sind da ein sehr nettes Team und sehr nette Leute, die da trainieren. Die da herzlich eingeladen sind. Ich werde natürlich in die Shownotes alles reinpacken, was du mir lieferst. Gerne. Und ich lade dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, herzlich ein. Guckt euch die Webseite an, beziehungsweise geht einfach mal hin. Denn um auf Anfang des Gesprächs nochmal zurückzukommen. Du bist ja einfach auch zum Regisseur gesagt und hast gesagt, hast du einen Job für mich? Und schon warst du bei Rudi Rüssel dabei. Genau. Also nicht lange denken, sondern einfach mal hingehen und ausprobieren. Probieren geht über studieren. Einfach mal machen. Exakt. Stefan, ich danke dir. Danke auch. Und ja, jetzt bleibt uns beiden noch zu sagen Tschüss. 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 Und ja, jetzt COD THEYVER. W pentru eine sehr. PEZUACH. W pentru, wird es hier fast, geht es akü�, ja. Und ja.